1. 3. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 6. 8. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 12. 14. Wenn die 14. 14. 15. 15. 15. Da sind sie ja, wir LSF-Jäger von Fort Busch suchen im Schuttfeld nach der Basis der Rogues. Sie haben schon Gefangene gemacht. Ich lade die Koordinaten für unser Suchmuster hoch. Zur Patrouille treffen wir uns mit einem weiteren Jägergeschwader. Moment, da sind sie ja. Gamma 6, Delta Patrol reports, no hostile contacts. Sie sollen weitersuchen. So oder so, wir finden heraus, wo diese Rogues sich verstecken. Trennt, ich habe einen Wegpunkt in ihr Neuralnetz geladen. Formation einnehmen. Formation. Gut. Aber auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen? Es schaut noch verdammt hübsch aus. Die Crossfire-Jungs. Nach dem Angriff auf unseren Transport hat die LSF vier Geschwader abkommandiert, um mit uns herauszufinden, woher diese Rogues kommen. Sie müssen hier einen Geheimstützpunkt haben. Und diesmal finden wir ihn. Mayday, Mayday. Ihr Gefängnisschiff XD-19. Wir werden angegriffen. Alle Liberty-Patrouillen bitte melden. Alle Einheiten auf Abfangkurs gehen. Ich lade einen Wegpunkt hoch. Ihr LSF-Patrouille Gamma 6, wir sind auf Abfangkurs und nähern uns ihrer Position. Over. Verstanden, Gamma 6. Wir werden von mehreren Roggebern angegriffen. Mehrere Decks brennen und unsere Verteidigung versagt. Verstanden. Durchhalten. Ah, da. Wo sind sie denn? Wir nehmen schweren Schaden. Schaff diese Typen weg. Wir halten nicht mehr lange durch. Da ist es. Schwer beschädigt. An alle. Formation auflösen und angreifen. Roger that. Jene Frist. Wo seid ihr denn? Jetzt bin ich auf die Verteidigung. Oh, wo sind sie? Mein Gangpale sind auf Amp6. Oh ja. Das ist ja gleich... ganz anders. Irgendwie scheint meine Energie da relativ schnell runter zu gehen. In den gelben Esser-Barbers-Ansucht. Geht raum. Kaboom! Winston News! Ja, bin dabei! Hm, da ist der Nächste! So, ich hab wieder vorher droht und Countermeasures gekauft. Ich muss nicht noch rauskriegen, wenn die alle nicht. Äh, ich bin da. Ja! Okay, Schilder halten. Boah! Wow! Hat er was verloren? What's up? Ja, das war der Letzte! Geschafft! Radar ist frei! XT-19, wie ist Ihr Status? Over! Feuer sind eingedämmt. Lebenserhaltung auf mehreren Decks ausgefallen. Sonst okay. Over! Bestätigt. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Negativ. Reparaturtrupps von Pittsburgh sind unterwegs. Das war perfektes Timing. Wir helfen doch gern. Epsilon Geschwader hierbleiben, falls mehr Rogues kommen. Trent und ich suchen auf eigene Faust weiter. Schauen wir mal 4 und 5. Ich lade neue Koordinaten hoch. Trent, Sie übernehmen die Führung. Oh, Chilette. Äh, King will follow you. Shift-D. Okay. Äh, wo ist der? Da ist er. Sagen wir einfach kurz. Was ist das mit King, ne? Ja. Zehn Klicks. Die Rogue-Basis muss hier irgendwo sein. Zu weit von Ihrem Versteck entfernt würden Sie so ein großes Gefängnisschiff nie angreifen. Sonst muss mir der Trümmer ein bisschen ausreichen. Bei erster... Mayday, hier LSF Beta-4. Werde angegriffen und brauche Hilfe. Hier LSF Patrouille Gamma-6. Wir hören Sie Beta-4. Wo sind Sie, Ober? Am Rand des Schuttfelds. Ich... Mehrere Rogue-Schiffe verfolgen mich. Ich werde sie nicht los. Meine Schilder versagen. Okay, Trent. Pusten wir die Kerle weg. Da. Uh, ja, da dreht er sich. Kratzer ab. Kratzer ab. Kratzer ab. Kratzer ab. Warte. Warte. Baig. Auf, geänden. Das ist das bei der Kratzer, die er mir noch zu gefangen ist. Was der? Das ist das der Kratzer ab. Sascha ab. Da ist der Nächste. Wow. Schutz. Was wird nochmal so eine Wiene los? Ah. Wir laufen das. Ah. Ja. Das ist ja noch ein Ganz-Ganz. Ja. Ich war beschäftigt. Rell ein King. Jetzt Platz ab. Oh, 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 oh. Rutscht da hoch. Hier hat ein Gesocks. Ha. Ist da noch einer da? Wow. Nicht nur du. Hat der eigentlich immer noch Zeit, auf mich zu schießen? Ich wurde noch eigentlich von King. Ich habe noch nie gewusst. Jetzt, 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 jetzt. Ah. In der Kühlung. Ich kehre nach Pittsburgh zurück. Viel Glück, Beta-4. Danke, Ihnen auch. Also dann, Trent. Auf zu den Koordinaten. Hey, die NATO-Bots kann ich wohl nicht einsammeln. Das liegt aber wahrscheinlich daran, weil ich schon 10 habe. Ähm. Reparieren. Ah. Zack. Dann hab ich sie wieder eingesammelt. Oh ja. Scheint sogar automatisch auszureichen. Das war's dann wohl, Trent. Ich werde Verstärkung rufen. An alle Einheiten. Hier, Gamma-6. Wir kennen die mögliche Lage der Rogue-Basis. Setzen Sie Kurs auf folgende Koordinaten. This is Alpha-1, acknowledged. We'll rendezvous at the Koordinates. Over. This is Delta-1-Liter. We're on the far side of Pittsburgh. Changing Kurs to your location. Over. Hold it. Ich hab da was. Rogue-Camp-Figer im Anflug. Bereit machen. Da. Sie fliehen in das Feld. Gamma-6, this is L-SF Alpha-1. Watch your status. Die Rogue-Basis muss in der Wolke davon sein. Folgen Sie uns. Und Funkstille wahren. Trent Sie übernehmen die Führung. Understood. Da, die Rogue-Basis. An alle Einheiten. Hier, Gamma-6. Wir haben die Position der Rogue-Basis bestätigt. Ich übermitte neue Koordinaten. Höchst? Alle Einheiten. Ich sehe zwei Verteidigungsplattformen und ein gepanzertes Depot. Dafür werden wir Torpedos brauchen. Over. Das Delta-Geschwader hat Torpedos. Sie sind unterwegs, Trent. Wir können Ihre Basis nicht knacken. Die Panzerung ist zu stark. Aber wir können Ihre Verteidigung schwächen, indem wir die Plattformen zerstören. Los geht's. Boah. 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 Ist es mir dann doch zu heiß. Boah. 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 Wo sind die? Nix mit hier. Ja, ich bin gerufen auf die Plattform. Will ich nicht. Ja, will ich. Nell, auch schon, Sven. Ich muss mich nicht machen. Ja, danke. Eine weg, noch eine übrig. Okay, die machen das schon. Boah. Wow. Wenn man da auf diese Wachplattform schießt, der soll das nicht so schnell machen. Scheiße, ich weiß nicht. Och, geh drauf. Jetzt habe ich nichts mehr, meine Schilder aufzuladen. Halleluja. Jetzt kratz ab. Okay. Okay. Ja, nervt nicht. So, als es ausschaut, muss ich diese Waffenplattform wohl selber kaputt machen. Wo kein anderer. Ooooooh. Ich hätte doch einen Raketenwerfer, oder sowas mitnehmen sollen. Ach, danke. Ja, schön. Schön, euch Jungs zu sehen. Machen wir sie fertig. Oh, stirb, stirb, stirb. Boah, klasse. Das Schiff ist ja richtig gut. Guter Schuss, Delta-Führer. Our pleasure, Kevin Six. We could have done it without you. Juhu. Ich hoffe, ich überlebe das. Die restlichen Jäger angreifen, Trent. Sie dürfen nicht entkommen. Geht ruf, geht ruf. Wenn ich auf jeden Fall irgendwas dabei gab. Oh, ich glaube. Die ganze Stress wird dreieinhalbtausend geplattet. Jawohl. Jawohl. Das war der Letzte. Gamma Six, we've got it from here. All units, secure the area. Nichts mit mit. Gut gemacht, Trent. Hauen wir ab. Ich lade Koordinaten für Pittsburgh in ihr Neuralnetz hoch. Los geht's. Oh, sieht auch nicht mehr so ganz, ganz aus. Der Gute. Gute Arbeit, Trent. Nicht schlecht für einen Grünschnabel. Ich glaube, von Ihnen wird man künftig noch eine Menge hören. Ich glaube, von Ihnen wird es io. Vielen Dank.